Lernen Sie Metaport kennen, die marktführende 3D-Plattform, mit der alle physischen Räume in immersive digitale Zwillinge verwandelt werden können. Wohnungen, Büros, Fabriken, Läden, Museen, Schulen, was immer Sie möchten. Die Scans werden mit einer kompatiblen Kamera erfasst, auch Ihrem Smartphone. Die jüngste Innovation ist nur aufgrund der riesigen Datenbibliothek von Metaport möglich. Im Hintergrund arbeitet Cortex, unsere leistungsstarke KI. Ein neurales Netzwerk mit der Fähigkeit zum tiefen Lernen, das Bilder automatisch zusammenfügt, um dimensional genaue 3D-Modelle zu produzieren. Sobald ein digitaler Zwilling generiert wurde, kann er mit MetaTags, Etiketten und geführten Touren individualisiert werden und mit allen, auf allen Geräten geteilt werden. Die 3D-Modelle ermöglichen dann für alle das Ansehen, die Zusammenarbeit und Interaktion. Tausende von Unternehmen in über 150 Ländern verwenden Metaport und schaffen unübertroffenen Mehrwert. Millionen Modelle jeder Art sind erfasst worden. Mit Milliarden Quadratmetern und 3D-Datenpunkten, die die größte Raumdatenbibliothek der Welt bilden. Die wächst täglich, wodurch Kunden über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie hinweg bisher unmögliche Einblicke und Analysen aus Raumdaten erhalten. Metaport beschäftigt sich seit einem Jahrzehnt mit der Digitalisierung der gebauten Welt. Jetzt skalieren wir massiv zur Verwirklichung unserer Mission. Wir wollen Mehrwert und bessere Zugänglichkeit für alle Gebäude und Objekte schaffen.